Das Siegfried-Bühnenbild wurde im November 2010 auf dem Schauballplatz aufgestellt. Dort wird es bis zu den nächsten Lichert-Wagner-Festspielen stehen bleiben. Die Bayreuther sind geteilter Meinung über das Kunstwerk. Ich finde das Bühnenbild ist schon sehr interessant, auch wenn es nicht jedermanns Geschmack ist, besonders nicht von den Bayreuthern. Jeder ist halt hier anderer Auffassung, aber ist okay. Und so sieht es von unten aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017